Ja, da bin ich wieder mit Let's Play Command 3 Keynes Raft Ja, wir sind jetzt irgendwo in Australien am OutSail, was weiß ich wo Und wir sollen drüben was... Kleinbrot Ich würde jetzt gerne mal wieder der letzte Leute Kann ich irgendwie helfen? Ja, ihr könnt... Der Overen So, da leidt noch... Liegt noch ein Leiterer Brack Das höre ich mir nach Ich glaube der wird der Leiterer nicht erreichen Einheit wird angegriffen, Einheit verloben Na komm Die sind doch doof Go Engineer Go Oh Alter Kurzsteuerung Leute, Kurzsteuerung Boah, das ist reich In Monaten ein bisschen Oleg, mein Ingenieur hat der letzte Leute erreicht, erreicht, hier oben So, jetzt habe ich's Irgendwas baue ich jetzt Jetzt baue ich etwas hier oben Und sowas Und so was Oh ja, Raketen kommen wir auch Dorof bin ich verbreitet Und Unterstützung wird angegriffen Och Auch gerne noch Einheit wird angegriffen So, und falls ihr hier eure Idee nochmal so kommen wird Schaum hier mal mit Orcas vorbei Ne, ne, so nett jetzt So, jetzt brauche ich keine Kraftwerke mehr 100 Pro Und Und Weil ich habe hier So, jetzt brauche ich keine Kraftwerke mehr, 100 Pro Bau abgeschlossen Ähm, noch nie Genau Wir sind bereit Bau abgeschlossen Ja, man muss sich den nur aufbauen Das ist dann wahnsinnig schwer Ungeeigneter Bauplatz Ungeeigneter Bauplatz Ich kann nur verhindern, dass meine Terminaling bei gehen Und das sieht nicht gut aus Oh ja, wie er näher legt Alles sich erhöht Mein Name Wick Was ich bei der Welt sagen Ihr könnt nix Schwerst mich einfach So, ja, hier Terror Ich denke sie sind cool Und gucken wir bei uns regelmäßig hier vorbei Mein Gott, Master Main 3 Ist nicht die Sama Es ist nur eine K.I. Eine K.I. die einfach nix hatte als nur andere Die Bruderschaft wird angegriffen Flammenpanzer bereit Ich bin bereit Bereit für den Feuerschloss Ihnen hat die Bruderschaft vertraut Abgeschlossen Einheit wird angegriffen Feindliche Einheiten entsich Die Bruderschaft vertraut Wer ist da? Die Bruderschaft vertraut Die Bruderschaft vertraut Alter, komm Die Bruderschaft vertraut So Jetzt hier haben wir alles hier angetrieben Die Bruderschaft vertraut So Unser Stützpunkt wird angegriffen Ich höre, dass es reicht 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 So, jetzt freue ich mich wie ich hier hin Weil hier kommt dauernd Luft so wie was anderes Was mir nicht gefällt Ausbildung Ich schlafe vor, ich brauche Radar Buggies und Radar Buggies Ich ziehe ich direkt hier rüber Ich höre, was man hier machen muss Ist einfach Leitereinsam Gehen wir auf die Jagd Ich bin bereit Gehen wir auf die Jagd Vorwärts Ich bin bereit Ich bin bereit Gehen wir auf die Jagd Gehen wir auf die Jagd Angriff Jetzt, jetzt mit sie nieder Nein Weg, weg, weg Oh Ich bin bereit für den Feuersturm Gehen wir auf die Jagd Ich wusste irgendwie, dass der kack ist Gehen wir auf die Jagd Was blöde ist Die schwarze hat keine Flugeinheiten Gehen wir auf die Jagd So, jetzt Gehen wir auf die Jagd Jetzt setze ich alles nach vorne Jetzt weiß man Gehen wir auf die Jagd 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 Dumme Raketen Gehen wir auf die Jagd 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 Was kommt noch? Wilmarine Ja, Flashkarten Flashkarten, Kollege Der Stroh ist gut Auf sie Sein Gehen wir auf die Jagd Hell Gehen wir auf die Jagd Ja, ich muss eigentlich versuchen Alle Leitere hier zu kommen Nee, netze Wer ist das denn Gehen wir auf die Jagd Ja, weyne wir da in die Jagd Gehen wir auf die Jagd Ich greife doch nach Es ist feike Der Spiel ist mit Geld Wir sind unbesiegbar Keine Gefangenen Was? Alter, können wir nicht in anderen Nerven, mein Gott! Warte, jetzt mache ich immer ein hier. So, jetzt ist hier echt, äh... Verarschen könnt ihr euch selber, ohne Witz. Aber bei den anderen Stufen, die darf ich jetzt nicht verlieren. Wenn der down geht, dann war's das. Aber jetzt... ...kannst du mich so weißt gut. Also, jetzt... ...haben sie mich echt sauer gemacht. Ähm... Und die Regel heißt, mach nie ein Mastermind sauer. Seine tödliche Folgen für dich. Ja, das wollte ich gar nicht machen. Warum wird der ihn nicht noch angegriffen? Oh, Alter. Ja. Ich brauche Venoms dafür. Also... Das ist so blöd. Warum fahre ich den mal sammeln? Der ist ja normalerweise. Ich kann's gut hören. Ja, komm, zieh dich zurück. Einheit wird angegriffen. Kommt der Schirm mit immer mehr. Zum Anladen. Alle Systeme Anladen. Einmal verloben. Ich war hier vor. So, jetzt brauche ich Dings. Ich brauche Ingenieure. Wo sind die Ingenieure? Ich kann Ihnen helfen. Was machen wir jetzt so weit dahin? Es könnte nützlich sein. Mehr Gebäude. Skarpion ist bereit. Skarpion ist bereit. Rücke vor. Rücke vor. So, kommen wir sie wieder ab. Okay, den Truppen töten. Wollte die Ingenieure was machen? Nee, das darfst du nicht. Angriff! So, und hier zerstöre ich jetzt die Gegend. Weil die fasziniert die ganze Zeit nicht. Nein, das gefällt uns eigentlich nicht. Was geht hier ab? Einer am Mahn. Ich scanne hier von allen Seiten Geschoss. Jetzt zahlt das Ingenieure jetzt. Wo kommen wir jetzt? Gehen sie mir echt ab. Ich komme hier jetzt nur noch in Massen. Haben nicht alle? Haben nicht alle? Ich mache jetzt Moa einen Safe State. Schon echt gebrochen auf die Investition dabei. Ich versuche sie jetzt einfach durchzurennen. Bam! Australien. Jo, zack. Saved. Ja, ja. So, jetzt gleich mit allen an. Also, das dauern macht keinen Spaß, wenn ich mit jedem überall irgendwo fitzliche Angreifer, also. Das ist echt bescheuert. Wenn das nicht so aussieht, wenn das an sich wird. Wenn das an sich wird. Scheiß auf die Sammler, den braucht keiner. Den bin ich nicht noch. Ich marschiere voran. Auf die Südkirche. Vor allem sind alles in Sicht. Aber was ist das? Das ist irgendwas böses. Oh, ihr könnt drauf涼ieren. Nicht nach mal. zack, tot, so das war's so, der Unikum ist alle her mit den Einheiten ja, komm, tot tot so, ich mach Jaro jetzt so, ich mach Jaro so, ich mach Jaro so, ich mach Jaro so, und jetzt brauch ich was Jaro, bleiben die Leute dran oh mein Gott, was machen wir nicht für Scheiß ja, gut, dann töte ich so, die Kraftwerke werden jetzt ausgeschaltet jetzt geht's mir echt jo, jetzt geht's mir echt also hier kommt der Grad wo ich ja den Raketen werfen und mir alles um den Sack gehen ich mach jetzt noch die Kraftwerke hier erklären, dann ist die ganze Basis offline das ist doch richtig doof, wer baut Kraftwerke außerhalb der Basis ach, GDI von dir hatte ich mich erwartet danke mal komm 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 jetzt haben die Badis auch wo offline dann ist ja alles cremig ich pointe die wir haben ganz ein ungeheigneter Prozent Feuer und die schwarze Hand hat Handwerk und wenn ich dann nicht mehr spielte hat sogar kein Ding keine dieser Partikel Prozent der St Strahle für die Skorpions das ist noch blöder ist so dann mache ich hier einen Schnitt und das nächste Mal geht zwei dabei Man kommt wieder 3. Bis dann.